Hallo BBB Stars und herzlich willkommen in der Küche vom Restaurant Schwarzwaldstube im Hotel Traube Thunbach. Wir machen jetzt aktuell einen Meeresfrüchte-Salat mit Kopfsalat, mit einer Marinade von Limone- und Staudensellerie und Korreikring. Trink kräht auf den Boden und schnackig. Schnappel-Schnappel-Kirch. Die Bremschen-Türch-Spränge sind kurz, knackig, schön heiß. Der Bremschen-Türch. Zitzen, die Zitzen, die Zitzen und die Zitzen. Kaffee Zitzen, Schmuck und Schmuck. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's eigentlich schon und jetzt richten wir den Meeresflüchte-Salat an. Jetzt mache ich mir die Taschung jetzt gleich. Das war's. 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 Spannungsgeladene Und jetzt haben wir noch ganz zum Schluss einfach ein bisschen Humorglas zum vervollständigen. So, dann haben wir einen schönen Kopfsalat mit gebratenen Meeresfrüchten. Ideal im Frühling. Viel Genuss. Untertitelung des ZDF, 2020